Die Katze kommt komisch, aber egal. Würde ich auch, wenn ich nicht wüsste, was du da tust und dann auf einmal... Aber er kam, um dich in mich zu retten, also so weit geht's da nicht. Ich denke, es freut die ZuschauerInnen, das nochmal zu lesen. Und ansonsten sollen sie es halt überspringen, meine *** kriegen sie hin. Hey, aggressiv. Gestern war ich aggressiv. Macht was für eure Gesundheit. Geht Sport machen, esst gesunde Lebensmittel. Nicht nur Nudeln mit Pesto. Asthma ist eine Erkrankung der Lunge, also des Atemwegsystems. Nee, einfach der Lunge. Sag einfach der Lunge. Sag einfach der Lunge. Stefan rastet aus. Kannst du es verstehen? Ja. 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 Ich habe in das Mikrofon gehauen. Das wird mir besser reden. Du kannst nichts dafür. Stefan hat übrigens ein Faible für Mikrofone. Die Klappenmuskeln sind die, die die Durchmesser der Gefäße regulieren. Und die Gestreifenmuskeln sind deine hier. Von denen ich nichts mehr habe. Wow, Alex. Das hat gezuckt. Ja, das hat gezuckt. Krass. Die Alex ist im Training. Stefan macht sich über mich lustig. Alex ist seit gestern wieder im Training. Das ist eine Krankheit. Ach was. Verrückt. Äh, der Lunge. Das ist mein Plan. Krasser Plan. Ja. Naja. Wollte ich schonen. Entschuldigung, dass ich auf dich aufpasse. Mich schont hier keine, Alex. Mich schont hier keine. Doch, ich schone dich. Theoretisch kann ich das schon. Das muss nur aus meinem Mund kommen. Ja, das ist die Kunst hier. Dass das Zeug in der richtigen Reihenfolge aus deinem Mund kommt. Und aus meinem. Ich sage noch einen Satz dazu, dann gehen wir auf die nächste Folie. Die du dann auch machst oder die ich mache? Du musst mir ja vorher klären. Würde ich, ähm, kurz anschneiden und dann an dich übergeben. An welchem Punkt? Will nur drauf gefasst sein. Danach. Okay. Nee, davor. Okay, ich sage jetzt einfach noch einen Satz dazu und dann gebe ich an dich, Alter. Die typischen Entzündungsreaktionen sind ja... Schön. Als ob wir dafür eine Folie hätten. Ich könnte erithomatöse... Erithematöse... Erithematöse... Sich blähen. Ich blähe mich jetzt, Achtung. Gleich platzt da. Das war jetzt aber eher eine Implosion als eine Explosion. Ja, ich bin eine Nova. Oh. Oh. Eine Supernova. Ja. Okay, ja? Wir sind beides kleine Lichter, aber für dich bin ich die Sonne. So. Und... Mann, ey. Es geht mir so auf den Sack mit meiner Stimme. Das ist unglaublich. Soll ich... Kannst du machen? Ich kann ihn sprechen. Mann, nächste Folge. Stefan ist heiser. Alex macht's allein. Viel Spaß. Nein. Oh Mann, ey. Stefan ist am Husten. Ja, ja. Stefan ist krank. Hoffentlich hat er keine Mastzellaktivierung gemäßt. Parasiten sind auch nur kleine Mensch-Innen. Mensch-Innen. Schön, oder? Und der Darm ist neu. Ja. Der ist schön. Äh, beim Herz. Hast du gerade gesagt, ich habe einen schönen Darm. Danke. Ja. Im Prinzip habe ich genau das gesagt. Und ich habe mich jetzt erst darüber gefreut, wie komisch das klingt. Und dieser Blutdruckabfall kann sehr gefährlich sein für den Patient-In. Für die Patient-In. Für die Patient-In. Für die Patientin. Für die Patientin. Ich habe nicht gegendert. Es tut mir leid. Aber das ist, äh, jetzt bin ich auch. Für die Patient-Innen, oder? Für die Patient-Innen, ja. Genau. Also nochmal. Ein zunehmendes Problem in unserer Gesellschaft. Keine Ahnung. Ja, doch. Sag, was du willst. Mach ich doch eh. Hm. Wie äußert sich eine allergische Reaktion? Mach du mal. Ich mache die Haare und höre zu. Okay. Okay. Wenn das so sein soll, dann ist das so. Also es laufen jetzt genug Audioaufnahmen. Kann man genug Audioaufnahmen haben? Das ist so eine Art rhetorische Frage. Tief, tief philosophisch. Easy, easy. Easy, easy. E-monology. Easy, easy. E-monology. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017